Ahoi! Geht gleich los, Leute. Gebt schon mal ein, wer mitspielen will. Wir spielen Endgame. Der Code ist EGOYTYYT. Ja, alles kleingeschrieben. Okay? EGOYTYYT. Alles kleingeschrieben. Gebt jetzt schon mal ein auf Endgame. Ja, Leute? Damit ihr Bescheid wisst. EGOYTYYT. Geht gleich los, Leute. Geht gleich los. Na ja, hat er ja. Gut. Jawohl. Okay, so. So. Tag. Guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich such gerade auch noch ein Kabel, aber ohne Scheiß, ne? Hier geht gar nichts mehr, Alter. Hier sieht's aus. Ist egal. Müssen wir so machen, Freunde. Müssen wir so machen. So. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen, äh, ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag gehabt bis dato. Ja, ich hoffe, euch geht's allen super. Und, ähm, ja, jeder kann mitmachen. Ja, bitte, ihr bescheid wisst. Jeder kann mitmachen. Der Code ist EGOYTYYT. Ja? Und wir spielen Endgame, ja? So. Der Code ist EGOYTYYT. Auf Endgame, ja, Leute? Jeder kann mitmachen. Okay? Damit ihr Bescheid wisst. Gebt das schon mal ein. Alles klein. Genau. Hallo, Ramadan. So. Ich grüße euch gleich auch, Leute. Gleich grüße ich euch auch. Ich grüße euch gleich. Ich will schon mal, dass ihr das schon mal eingibt, okay? Gebt das schon mal ein. Damit ihr Bescheid wisst, okay? Gebt das schon mal ein. So, wer ist denn? So, ich glaube, ich habe gerade die Lola gesehen. Ja gut, der Blitzy ist da, ne? Na gut, na gut. Na gut. Hallo, Blitzy. Hallo, Lola. Ähm, der erste Kommentar war heute von ANAS TV. Hi. Hallo, Emiko. Hallo, Annika. Hallo, Badass. Hallo, Hyperion. Der Morten ist dabei. Der Jabba Löschko. Der Yannick. Der Niklas. Der Ari. Der Nino. Der DJ Lama. Leute, schön, dass ihr da... Funkt das denn auf Endgame? Funkt das nicht? Ich habe es noch nicht getestet. Ja. Funkt. Der Code ist EgoBalchYT. Jeder kann mitmachen. Jeder kann mitmachen. Fürchte dich vor Vampiren. Sollt wird Kimi dich kriegen. Was? Warum? Wo? Ach ja. Hallo, Finn. Ähm, einer hat gefragt, äh, der EgoBanet, hey, bist du wieder gesund? Jo, mir geht's wieder super. Geht auf Mobile. Alles geht. PC, Switch, Playstation, Xbox. Genau, alles geht. Jeder kann mitmachen. Hast du den Film schon gesehen? Nein, werde ich auch nicht sehen. Ich habe auch den Modus noch nicht gezockt. Also, das ist jetzt mein erstes Mal, muss ich sagen, da ich jetzt den Modus zocke, Leute. Das ist auch mein erstes Mal Fortnite, seitdem wir das letzte Mal gestreamt haben. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Genau, schauen wir mal bei den Herausforderungen. Das mache ich auch mal eben schnell. Hallo, mir auch mir. Hallo, DVI. Äh, so. Ah ja. Gut. Äh, spiele Endgame-Match. Ist ja gut. Füge Schaden zu, indem du Thors Axt Sturmbrecher wirfst. Okay. Füge Schaden zu, während du... Was? Chitauri Jetpack. Was ist ein Chitauri Jetpack? Ohne Scheiß, Leute. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ja. Ich hab keine Ahnung von dem Marvel-Scheiß-Film. Okay, tut mir leid. Ich will niemand beleidigen. Ja, jeder, der wie er's möchte, okay. Ich hab keine Ahnung davon, okay. Also, ich bin der absolute Noob da drin. Und deswegen. Ja, wisst ihr Bescheid. So, Leute, jeder kann mitmachen. Wir spielen Endgame. Ego, Y-T, Y-T, wie mein Creator-Code ist der Code. Ja, gut. Schließe 10 Herausforderungen ab. Na gut, okay. Gewinne Endgame als Chitauri oder Thanos. Was ist ein Chitauri? Das sind Thanos-Kriege, okay. Heute noch Solo-Custom. Gegebenenfalls später. Gegebenenfalls später. Ich will jetzt erstmal gucken, wie der Modus hier ist. Auch gerade wegen... Guck mal, Alter. Guck mal hier. Ich hab von Woche 6 nicht mehr gezockt. Seitdem sind wir nur noch Custom-Games. Guck mal, wer ist er denn, Alter? Ah, ja. Ah, ja. Krass, Alter. Tch. Krass. Ach, Leute. Nimm mir das doch nicht übel, nur weil ich Scheiße gesagt hab. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Marvel. Sei mir wirklich so, wie das... Ich hab mich dafür auch wirklich so großartig... Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich bin ja offen und ehrlich zu euch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin ein offener Mensch. Ich hab mich dafür noch nie wirklich großartig interessiert. So für Marvel und so. Wisst ihr, wie ich meine? So null. So null. Echt krass. Ich bin mal gleich gespannt, wie das Ganze aussieht. Ja, also... Auf jeden Fall hab ich gesehen, dass da irgendwann mit Thor da ist. Also... Schauen wir mal, Leute. Schauen wir mal. So. Kommt auf jeden Fall alle rein hier, Leute. Komm, 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 komm. Komm, lass knacken. Was ist das denn? Aha. Was ist das? Wie kann ich nur so etwas sagen? Ja, Schande über mich, Leute. Tötet mich. Tötet mich. Tötet mich alle. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Das ist einfach so, ja? Wenn ich... Ähm... Wenn ich so gar nicht so im Marvel... Ich bin überhaupt so kein Marvel, auch kein DC, ja? Also ich interessiere mich genauso wenig so für Batman und so. Oder... Äh, was ist noch DC? Äh, Superman ist auch DC, ne? Genau. Interessiert mich null. Ich sag euch das so wenigst, Leute. Null, ehrlich. Es tut mir echt leid, aber es ist einfach so. Was soll ich denn machen? Hallo, Rookdevil. Hallo, Zock. Cat. Was geht bei euch? Mach Fortnite mit Kimmy. Nein, mach ich definitiv nicht. Man kann Thor, Iron Man, Hawkeye und Captain America als Held spielen. Okay. Also ich nehm Thor, weil ich hab nämlich den gleichen, ähm, Oberkörper wie der Thor. Und ich hab auch Thor's Hammer. Magst du Star Wars? Ohne Scheiß, ich guck mir gerne auch die, ähm... Guck mir aber gerne so die Star Wars Filme an. Als Star Wars guck ich mir zum Beispiel die Filme an. Aber hier, ne? Letztens hat meine Freundin sich Iron Man angeguckt. Das ist jetzt ein paar Wochen, ne? Ohne Scheiß, da hab ich nicht hingeguckt. Also da hab ich, da hab ich mir aus Langeweile ein Buch runtergeholen. Da hab ich ein Buch gelesen. Damals hab ich noch nicht so viel gelesen wie jetzt, aber da hab ich ein Buch gelesen. Ah, ja. Es ist Thor's Axt, nicht Hammer. Ja, ich hab aber den Hammer. Okay, sollen wir mal ne Runde starten, Leute? Gleich können alle reinkommen. Also Endgame, ihr wisst Bescheid. Komm, wir starten mal ein Rundchen. Mal gucken, was geht. Komm, wir schauen uns das mal an, Leute. Was da so geht. Du bist Battle Pass Stufe 39, ich 100. Warum? Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen, ich spiel's nicht. Und zum anderen, spiel ich nicht. Und wenn ich spiele, spielen momentan nur Custom Gains. Na gut, Leute. So, dann schauen wir mal, wie gut ich mit dem Tor... Ach, da ist Thor's Axt. Entschuldigung, Thor's Axt. Guck mal, das ist doch der Pfeil und Bogen von Hawkeye, ne? Wer bin ich denn? Da bin ich doch ein Handlanger, oder? Ich bin der Handlanger, kann das sein? Ich bin Handlanger von Thanos, kann das? Ja, ne? Das sieht so aus. Was habe ich denn hier? Ach, das sind die Waffen. Alter. Kinder des Thanos, erlangt die Infinity-Steine eures Meisters und zerschmettert die schwächlichen Menschen. Aha! Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, Rookdevil, was soll ich dir dazu sagen, ey? Was soll ich dir dazu sagen, Digga? Hier bei uns in Bochum wird der gezeigt. Ja. Bei uns in Bochum wird der gezeigt. Alter, was mache ich denn hier, Alter? Ich bin hier voll am Reinrennen. Gibt's hier noch ne Kiste? Bauen kann ich aber auch, oder? Okay. Krass. Ah, okay. Ah, ja! Dann schauen wir uns das ganze Mal an, Leute, ne? Wäre mal gespannt. Alter. Oh! Hallo, nicht auf mich. Komm, wir gucken uns mal hier um hier. Komm. Guck mal, da oben ist einer. Da. Ach so, da ist einer von uns. Okay. Mein Beileid, wenn du Thors Oberkörper hast. Warum? Ist der nicht mehr muskulös? Ist der jetzt dick, oder was? Ist der nicht mehr muskulös? Alter, dieser Chris, hä? Ist doch, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das Chris? Ne, da ist der, ist der, der mit der Miley Cyrus zusammen ist, ne? Da ist er! Wo geht der Hinderstein? Ich will Thanos. Ich will Thanos sein. Krieg ich Schaden? Hol den Stein. Schon gut. So, Leute, jeder kann mitmachen. Hallo, Ethiopia. Was geht? Du bist kein Fan von Fortnite, aber Endgame geht, okay? Ich bin mal gespannt. Also, so sieht das, also bis jetzt sieht es ganz lustig aus. So, 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 noch lebe ich ja auch. Ha, ha, ha. So, Leute, nächste Runde könnt ihr mit... Da ist Thanos. Wo ist Thanos? Einer hat Thanos. Da ist er! Alter! Kann ich auch Faxen machen? Ja, klar. Der hat einen Bierbauch. Ehrlich? Warum? Ich dachte, der war gut trainiert, der Typ. So, jetzt geht's los, Alter. Komm, jetzt machen wir mit. Wo sind denn hier mal ein paar Gegner? Bitch. Der Zeitschleim, wo ist der? Der kommt. Der kommt zu mir. Jetzt kommt er zu mir. Wo ist er? Da ist er. Da kommt er. Da ist er. Oh, auf mich. Bitch. Oh, der schießt auf mich. Ja, schlecht, ey. Ob wir ihn tot. Ja, mach! Captain America's Schild, Alter. Boah, jawoll, Mann! Bam, Junge! Alter, da halte ich voll rein. Da! Oh, shit! Uh! Boah, aiming! Ja, Mann! Hab ihn dabei! Au, au, au! Au, au, au! Aiming! Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen, Alter. Ehrlich. Warte! Warte! Oh, shit. Oh, shit. Wo sind denn die Gegner? Sehr gut. Sehr gut. Iron Man hat Auto-Aim. Iron Man ist ja auch ein Cheater, Alter. Da oben ist einer drauf. Bam! Er war aber meiner, ne? Fühl, geh ich dann Schaden zu? Hab ich schon. Gut. Wo ist denn der Stein? Ach du Scheiße, der ist ja... Oh! Au, 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 au! Ah, schön. Da wurde ich gerettet. Sehr gut. Ich bin auch noch kein Held. Warum bin ich denn... Warum bin ich denn noch kein Held? Ah, 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 ah! War dumm. Das war dumm. Da bin ich dabei, ne? Kann mir mal einer erklären, was jetzt hier sind... Was jetzt hier sind der Spieltisch? Ich weiß das nämlich noch nicht. Was ist denn eigentlich mit dem Thanos? Was macht der Thanos denn da? Ach, müssen wir 68 von den Gegnern wegballern? Kann das sein? Hallo Julian, schön, dass du da bist. So Leute, nächste Runde könnt ihr alle mitmachen. Ja, also 20, also jetzt 40 fand ich so ein bisschen wenig. Nächste Runde könnt ihr alle mitmachen. Oh, 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 oh. Oh, aiming. Aiming, 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 aiming. Aber Thanos gab's doch... Thanos gab's doch schon mal, oder nicht? Kann ich mich doch dran erinnern. Ey, Thanos gab's doch, glaube ich, schon mal. Thanos, bin ich der Meinung, gab's doch schon mal. Der ist bei mir, ne? Wo ist der Typ? Da ist er. Oh, nein! Oh, ey, ist einfach hinter mir, denn der Typ. Ey, what? Ich war doch voll drauf, Alter. Wo ist der Typ? Ey. Ey, da bin ich... Da hört der Spaß aber auf hier, ne? Ey, alle auf mich. Alle auf den Ego, ne? Ja, das ist hässlich. Guck mal, er. Ey. Ey, 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 vom Wurm! Ach, die Zahl unter dem Handschuh. So viel müssen wir wegmachen, okay? Ey, one hit, ne? Ey, two hit, ne? Ey, three hit, ne? Ich bin Thanos! Wie hab ich das denn gemacht? Ja, das war's aber da mal wieder komplett. Ja, da muss ich aber... Da, ich war... Ah, ja! Au, 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 ich weiß gar nicht, äh! Und ab... Ey! Was muss ich denn drücken? Ey, ich weiß gar nicht, weil ich drücken muss. Oh, schon. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss, ne? Das ist ja hässlich. Hallo, cool, hier ist 95. Ach, die Zahlen über dem Handschuh sind eure Leben. Über dem Handschuh, okay? Warum war ich denn jetzt eigentlich Thanos? Alter, ich weiß immer noch nicht, was ich drücken muss, ne? Ey, das ist doch... Er hat ein Schild und macht mich so weg, ne? Hammer, ey. Heftig. Heftig, Alter. Man muss alle Steine sammeln, dann alle Helden töten. Ah, okay, na dann. Man braucht ein gesundes Aiming, ne? Okay, na dann habe ich. Okay. Na, Biel. Schön. Ach, du Scheiße. Ach, das ist hässlich. So, Leute, jeder kann gleich mitmachen. Wir spielen Endgame, Server sind EU. Ja, da ist ganz wichtig, Server habe ich auf EU, Leute. Code ist Ego, Y, Y, T, wie mein... Warte mal, der ist hinter mir. Dann halt nicht. Unsere Armee ist dezimiert. Okay. Das ist ja hässlich. Hau ab mit der scheiß Axt, Alter! Bin ich jetzt tot, ne? Ah, okay. Also wenn du als Held... Ja gut, das habe ich kapiert. Wenn ich Held bin, dann muss ich gucken, dass der... Geh ich da nicht die Steine bekommen. Das habe ich kapiert. Das kriegen wir ihn. Das kann ich, das mache ich, das tue ich. Ja gut, das war's, ne? Letzter hier, ne? Das war's, ja. Das war's. So, Leute, jetzt will ich eine volle Lobby hier sehen, ne? Jetzt will ich eine volle Lobby sehen. Also, wie wär's mit dem Pokémon TCG-Stream, ja? Habe ich überlegt, ob ich das sogar heute mache. Aber da habe ich Angst, dass mein Internet abkackt, ganz ehrlich. Morgen kommt aber ein Video. Ein richtig geiles Video. Ein richtig, richtig geiler Kampf. Ein richtig geiler Kampf, ja. Ein richtig geiler Kampf. So, Leute, jeder kann mitmachen, ja? Endgame, Server EU. Code ist Ego-Wighty-YT. Alles ist kleingeschrieben, ja? Ego-Wighty-YT. Also unter dem... So, wisst ihr Bescheid, ja? Leute, Ego-Wighty-YT. Jeder kann mitmachen. Ja? Ich möchte auch, dass jeder mitmacht, Leute. Jeder kann mitmachen. Jeder, der möchte. Jeder, der noch nicht war. Jeder, der noch nicht will. Auch wenn ihr nicht wollt, mitmachen, Leute. Ego-Wighty-YT. Alles ist kleingeschrieben. Bitte. Jeder kann mitmachen. Ach, hier. Hallo Sandgeist. Hallo Tobias. Was geht? Hallo NHWO. So kann ich jetzt auch mal ein Held sein. Ich möchte jetzt einmal... Äh, mein Tag war super, ja? Heute Morgen... Habe ich die Kimi zur Schule gebracht. Äh, im Endgame können nur was? Im Endgame können nur 40 Leute teilnehmen. Ach, ehrlich? Oh, das ist ja scheiße. Ach, ehrlich jetzt? Ach, das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Können keine 100, nur 40. Oh, ehrlich, Leute? Ja, passt auf. Dann machen wir jetzt noch einmal Endgame und dann spielen wir Solo, okay? Einverstanden? Dann spielen wir Solo. Ja? Ich wusste nicht, dass das 20 gegen 20, wusste ich ehrlich nicht. Tut mir leid. Warte, dann machen wir das jetzt noch einmal? Ja? Und dann spielen wir gleich Solo. Ja, dann können wir mehr mitmachen. Ja, damit ihr Bescheid wisst, okay? Also die Leute, die jetzt nicht reingekommen sind, seid nicht traurig. Gleich geht's weiter, dann spielen wir Solo, ja? Dann habt ihr die Chance auf jeden Fall, ähm, nochmal. Ja? Gut. Ich bin wieder bei dem Bösen. Ey, 9 gegen 8. 8 gegen 8? Ernsthaft? 8 gegen 8? Was ist das denn für eine Scheiße? Da stand doch gerade 64 Leute. Was ist das denn für eine Scheiße? Äh. Was ist das denn für eine Scheiße? 8 gegen 8? Da stand 67 Leute, Alter. Danke dafür, Epic. Wir spielen gleich Solo, Leute. Wir spielen gleich Solo. Das Update dauert ewig. Ach, hör mir auf, Lola. Hör mir auf. Hör mir auf. Ach, gegen 8, das war's dann natürlich ja komplett, ne? Was ist denn da los? Der Vulkan bricht aus. Der Stein kommt. Da muss ich aber los jetzt. Erfolge bei, ähm... Hi, Erik. Schön, dass du da bist. Die Erfolge bei Er... Das war doch ein Iron Man, ne? Ne. Der Erfolg... Ach, Kerem. Digga. Nicht dafür das Leben hassen. Okay, ein Stein ist drin. Komm weiter, lass knacken. Give me, give me, give me the Steine. So, Leute, gleich spielen wir Solo, ja? Damit ihr Bescheid wisst. Aber der Code bleibt gleich. Ego, warte, Y, T auf Solo. Gleich spielen wir Solo, Leute. Der ist doch gut. Wo sind denn die Steine? Boah, die Viecher sehen aber auch hässlich aus, oder? Boah, die sind ja richtig belastend, die Viecher. Guckt euch mal, die, guckt euch mal die Viecher an. Bleibt doch mal stehen jetzt. Hässlich wie die Nacht, die Viecher, ne? Abartig. Abartig. So, weiter. Steinein. Ne, Lux, heute spielen wir Solo. Heute spielen wir Solo, ne? Hallo, Kev, was geht? Hallo, Kevin. Also, Leute, gleich, ne? Spielen wir Solo. Ego, warte, Y, T. Jeder kann mitmachen. Oh, jetzt bleibt doch da. Oh, Bauskills sind am Start, ne? Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ey, gegen einen mit acht Leuten ist das schon scheiße, ne? Hab ich gehört, Blitzy. Hab ich gelesen, ja? Oh, ja. Hab ich gelesen, ja. Alter, Blitzy. Na klar. Na klar. Ne, heute kein Whitey sagt, das muss wieder vorbereitet werden und dann hast du sowieso wieder den einen oder anderen Bob dabei, alter, der dir das sowieso wieder versaut. Das ist einfach so. Na, guck mal, den Grünstein, den gönne ich jetzt. Den Grünstein gönne ich jetzt. Oh, shit. Ja, den Grünstein gönne ich. Da renn ihn. Ja. Den hole ich jetzt. Alter. Hallo, Toda. Nein, Luchs. Zum dritten Mal. Heute spielen wir Solo. Heute gibt's kein Duo. Nein. Heute spielen wir Solo. Ende. Ja, was willst du denn da machen, du Iron Man für Arme, alter? Warst du schon bei Avengers Endgame im Kino? Nein, war ich noch nicht. Werde ich auch nicht. Ich gehe zu dem lilanen Stein. Und auf einer Hinsicht hat das ganz cool, muss ich sagen. Der Modus. Aber. Naja. Jetzt hat er den getötet. Kann ich auch bitte solche Dinge haben? so über Schilde. So über Schilde. Boah. Das kreiert Zustände, ne? Ehrlich Hallo Devil So Leute, gleich spielen wir solo Ja, gleich spielen wir solo Weil dann einfach mehr Leute mitmachen können Weil das ist So und sonst ist das doof, Leute Wenn da immer nur 20 Leute mitmachen können Und dann kommen nur 8 Leute rein Obwohl da 67 in der Warteschlange waren Dann hört der Spaß auf Piratenlager Kann man den Code einlösen Du gehst auf Da wo du den Modus auswählst Dann drückst du benutzerdefinierte Spielersuche Und da gibst du das dann ein Er lässt mich den noch nichtmals töten, Alter Hammer 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 Hallo Pascal Mir geht's super, Leute Mir geht's echt gut Ich hoffe, euch geht's auch gut Also Leute, gleich solo Ja, macht euch schon mal bereit Gleich für solo Gebt das jetzt schon mal ein Solo Ego White Yt Ist doch gut Mio Hast du den Grünstein? Hatta, hatta, hatta Hatta Wo ist er? Er hat schon wieder das Schild, Alter Er leckt richtig rum, ne? Jetzt hat er auch noch einen Bogen Alter, hat der alles? Ah, es ist hässlich Alles kleingeschrieben Ja, Leute Alles kleingeschrieben So, wann ist der Modus denn zu Ende? Wenn alle Steine eingesammelt sind? Weil 8 gegen 8 ist schon echt, echt langweilig, ganz ehrlich, ey Nichts Okay. Oder wenn alle Perma sterben. Ja, ich sterbe die ganze Zeit Perma, Alter. Ja, achte, achte schon. Hallo, er ist kein totes Q-Aim mehr. Ja, das ist das absolute Aim. Ich hab das... Guck mal, er da oben. Boah, ich steh mal kurz davor, wegzudrücken, ey. Was? Der Machtstein gehört zu uns. Wir müssen nur noch einen Stein. Ja, einen Stein noch. Mach fertig, Alter. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Boah, den hab ich voll erwischt. Aber... Gibt's doch nicht. Achso, jetzt müssen wir die alle nur noch... Ey! Einen nur noch. Da halte ich mit rein, Alter. Da halte ich... Ich hab den letzten gemacht. Ja, Mann. Ist das schlecht. Excelsior. Achso. Ist er nicht Harry Potter. Whitey geht mit Kimi... Whitey geht Kimi in den Pikachu-Film. Jawohl, Lola. Wir gehen, ähm, am... Am achten. Am achten gehen wir im Film. Hey, Jaden. Kommen wir nicht so, ja? Du bist doch derjenige, der immer was braucht. Ey, Zockett! Was ist los mit dir? Nicht blockieren. Das ist von gestern. Nicht... Kann wir den wieder... Kann wir den bitte entblockieren, wieder den Zockett? Äh, den, ähm, Jaden. Jaden, sorry. Ey, nicht... Nicht den, äh... Nicht den blockieren, ehrlich. Das ist von gestern. So, Ego Whitey Yt, Leute. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Okay? In Solo. Ja, Solo. Ego Whitey Yt. So, jeder kann mitmachen. Hallo, Gabel. Ja, der hat ja auch nicht beleidigt. Der hat nur... Mein Ältester möchte auch. Lola! Was ist mit... Lola, ich schreibe dir mal eben was auf, ähm... Auf, ähm... Auf Discord, ja? Ja. 1 let's go. Ja. 2 let's go. 2, 3 let's go. so seid ihr alle drin leute dann starten wir jetzt gleich okay also wenn bei mir zwei minuten steht ja dann starte ich das ist bei euch ungefähr kann ich euch sofort sagen halt habe ich schon wieder eine verzögerung der ich bei euch wenn bei mir zwei steht ist das bei euch 1 40 ja damit ihr bescheid wisst okay wenn bei mir zwei steht ist das bei euch 1 40 ah schneewolf sehr gut in avengers endgame wird dreimal gezeigt wie tor fortnite spielt ja da wisst ihr ja mal wo das money fließt da wisst ihr ja mal wo das money fließt auf jeden fall ach so ich muss ja hier den pausen screen rein machen weil ich ja sonst gestream snipe werde und es sind nur 59 leute drin das finde ich schon echt scheiße das ist egal kommt passt schon machen wir schon nächste runde könnte wieder alle mitmachen ego weiter yt geht auf jeden fall weiter so wo springen wir denn raus ja mach das mal lola mach das mal mach das mal auch rein sandgeist hallo es schon was geht ich habe ewig nicht mehr gespielt leute boah ich habe ewig nicht mehr gespielt boah bitch okay blitzy ist schon weg blitzy ist schon weg ich werde sowieso jetzt gestream snipe ach guck mal da ist eine aufgabe sehr gut sehr gut sehr gut aha aha da kann ja laufen geht es schon geht es schon da hole wieder ab da hole wieder ab Alter, das war der, der den Blitz hier auch geholt hat. Es schon, nein, du kannst kein Moderator werden, wenn das die Frage war. Ja, das war dumm. Das war dumm gelaufen, war super, Sammy? Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ach ja. Oh. Dicker Fallschaden. Ja, das war auch nichts. Der Dully. Der Dully. Hallo, Lukas. Was geht? So, dann schauen wir mal dem Dully zu, ne? Dem Dully-Kin... Was ist das für ein Geräusch? Ja, ist ja gut jetzt. Haut die Lola ab. Haut die Lola ab. Lola, ne? Ciao. Ein Käsekuchen. Sehr gut. Proteine. Wie ist der Code? Ego-Wat-Y-T. Alles klein geschrieben, bitte. Alles klein geschrieben, bitte. Ganz wichtig. Alles klein geschrieben, bitte. Können wir nochmal Endgame probieren? Ja, hab ich ja. Haben wir gerade gezockt. Das Problem ist, dass da nur 20 und... Also nur 40 Leute mitmachen können. Da ist er Doofe daran. So. 31 Leben noch. Der Dully muss mal ein bisschen los, so langsam. Weil wegen Zone... Ihr seht es hier. Also viel Zeit hat er nicht mehr. Ich warte ja nur darauf, dass Lego Fortnite rauskommt. Ich warte ja nur. Ich warte ja nur darauf. Hallo Matthias. So Leute. Und für die Leute, die es interessiert. Morgen kommt wieder ein Pokémon-CCG-Online-Part. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Morgen wird ein richtig geiler Part. Ja. Ich hab einen richtig geilen Kampf gehabt. Gegen einen, der hat... Der hat eine GX-Tech-Team-Karte mit Relaxo und Evoli gehabt. Ja. Das war schon... War schon nicht... War schon nicht leicht. War schon nicht leicht. Aber schaut euch auf jeden Fall morgen den Part an, Leute. Gönnt ihn euch auf jeden Fall. So. Die Lorry ist auch tot. Schade. Kriegt man da gar keinen Fallschaden mehr? Okay. Wusste ich gar nicht. Wo ist denn der Oktopus? Guck mal, die Arme. Da ist noch einer neben ihm. Er gönnt sich direkt den zweiten Geysir. Ja. 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 Er gönnt sich direkt den nächsten Geysir. Ja. Und den Downhawk. Jetzt hat er ein Problem, würde ich sagen. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt kriegt er sie von beiden Seiten. Ja. Jetzt kommt da vorne... Ja. Da war er direkt getroffen. So, wir schauen dem Maxi, der Spieler, zu. Was hat er denn da für eine Axt? Da guckt euch das mal an. Warum ist das so rot? Krass. Oh. Nee, oder? Ah! Ah, knapp. Jetzt stirbt er. Holt er ihn nicht? Nee, oder? Never ever. Er muss nachladen. Oh nein, so ein Pech. Ah, das ist richtig, richtig Pech. Er hat da nachladen musste. Ach, guck mal. Er, alter, er hat schon alles. Krasser Typ, ne? Warum wurde ich aus dem Shit gebannt, Jayden? Weil der zockert einen Fehler gemacht hat. Der einen Fehler gemacht. Tut mir leid, Jayden. Tut mir echt leid, Jayden. Tut mir echt leid. Wenn ich könnte, würde ich dir jetzt irgendwas geben. Aber ich hab nix. Tut mir echt leid. Das ist die neue Farbe, okay. Uh. Eieieiei, ich weiß gar nicht, von wo. Was ist das denn immer die ganze Zeit für ein Geräusch? Hört ihr das auch? Boah, alter, da ist der Sturm. Aber schon wieder. Marble-Axt war im Shop. Ah. Okay. Hör auf, wer mal, dass du den mit meinem Creator-Code gekauft hast, ne? Ego bei T-Y-Til. Der Rote ist eine neue Seltenheit und heißt Marvel. Ah ja. Dass der Marvel heißt, glaube ich. Aber dass er eine neue Seltenheit ist, glaube ich jetzt nicht. Äh, morgen gehe ich zur Feuerwehr in unserem Ohr, tanze in dem Mai. Digga, viel Spaß. Ich nicht. Ich bin nicht so der tanze in dem Mai-Typ, muss ich sagen. Uh. Digga, hätt ja. Bin Pro, du Kevin. Okay. Okay. Dann schauen wir dem Pro Kevin mal zu. Der Kevin hat, äh, die kleinen Tränke liegen lassen. Aber der, äh, der Pro... Ach ne, er nennt uns Kevin, weil er Pro ist. Ah, jetzt hab ich's kapiert. Jetzt hab ich's kapiert. Wer ist Custom Games? Jawohl, Jonas. Jeder kann mitmachen auf Solo erstmal. Wir haben gerade zweimal Marvel gezockt, aber da können leider nicht so viele mitmachen. Er ist total beschissen. Er hat mich auch gekillt, ja? Der könnte... Der ist ein... Der ist ein PC-Spieler. Ja. Ja. Komm, Digga. Ah, ja. Habt ihr gesehen, wie schnell der gewechselt hat, Alter? Ohne Scheiß, ne? Alter, der hat so schnell gewechselt, ne? Ich hab nur... Ich krieg noch nicht mal in meinen Gedanken, ne? Dass ich so schnell wechsle, dass ich überhaupt wechseln möchte. Der krieg noch nicht mal in meinen Gedankenkopf rein, Alter. In meiner Bumsbirne. Da wechselt der schon und schießt schon wieder. Ja. Gibt ein neues Live-Event. Im Loot Lake sind Runen und der Vulkan bricht aus. Alter, Leute. Ich hab YouTube aufgemacht die letzten drei, vier Tage, ne? Und ihr glaubt, wie oft, ne, das Loot Lake-Event war, ne? Alter. Und dann war gar nichts passiert. Ne, so schlecht, ehrlich. Aber bei diesen ganzen Millionen-Youtuber, da sagt dann nämlich keiner was. So, wisst ihr, wie ich war? Würde ich dat machen, Alter, wird direkt der Hate losgehen. Sag mal, so wie dat is. Sag mal, so wie dat is. Hallo, Fischtörtchen. Das ist auch geil, ne? Äh, hau rein, Lukas. Danke, dass du dabei warst. Hm. Ah, ja, jetzt kommt's. Okay, jetzt, jetzt mal. Jetzt will er ein. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, ja. Ah, ja, das üben wir nochmal. Ja, äh, Blitzi, hau rein, ne? Viel Spaß morgen beim Singern. Okay, der Puau hat nicht mehr so viel. Ja, hat der Puau aber scheiße gebaut, wa? Hat der Puau scheiße gebaut. Ja, da siehst du schon wieder, ne? Das ist schon wieder hier. Das ist Event, ne? Das ist ein Eventspieler, ne? Das siehst du. Ich sag euch, woran ich das sehe. Au, 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 au. So, Fußblaze haben wir jetzt hier am Start. Es gibt einen Black Widow Skin. Ja. Wer davon Fan ist, ne? Kann sich den gerne gönnen und damit gerne mit meinem Creator Code. Ich mach dafür jetzt mal Werbung. Ego, Whitey, Y, T. Ach ja, Leute. Whitey, kennst du Gleichungen? Das muss ich gerade lernen und darüber über die, äh, über die Arbeit schreiben. Sagt mir jetzt nichts. Wenn du mir eine Aufgabe stellst, dann würde ich das wahrscheinlich wieder im Kopf haben. Also, ich, aber jetzt so Gleichungen, so, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil das ist, Alter. Ich hab nur einen scheiß Hauptschulabschluss, ey. Ich bin sympathisch, ja. Naja. Naja. Ich bin ein netter Mensch, das stimmt. Das ist mein Ball, ja. Ach, Luxi. So, neun Leute leben noch. Insgesamt. Es kommt ein Starlord, ja, Leute. Ihr wisst ja, ne? Den besten Creator Code, ne? Den gibt's bei mir. Oh, der wird bestimmt so heftig gesnipet, ne, Alter? Alter, was geht denn da? Schieß mal die Scheiße weg da, genau. Mach mal die Kacke weg. Boah, der hat sie jetzt aber. Kommt, wer denn da? Oh, der war aber offen. Der war aber offen. Danke, dass du mich Eventspieler nennst. Bist du nicht? Hab ich eigentlich gedacht. Weil du dir da sofort so zwei Kisten hingebaut hast, da, weißt du, mit Dach. Das seh ich eigentlich immer nur, wenn, wenn, äh, wenn ich, ähm, da so Turniere und so sehe. Kommt, wann die denn da? Kommt, wann die denn da, die beiden? Wer pumpt sich da weg? Da. Der K-Pokémon hat den SI weggebamst. Bam, 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 bam! Bam, bam, bam! Alter, der guckt da so frei raus, ne? Alter, wenn er, wenn er irgendwo von der, von der anderen Seite irgendwas snipet, ne? Dann geht er da aber wieder rein. Und wieder da rein. Oh. Schießt das doch mal weg da! Nein, 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 nein. Oh! Schade. Warte, zweimal plus 24 gleich fünf mal sechs. Das ist eine Acht-Klassen-Aufgabe. Zweimal plus 24. Das sind gleich fünf mal minus sechs. Aber wenn ich doch... Alter! Da soll eine Gleichung sein. Fünf mal... Fünf mal sechs sind 30, minus sechs sind 24. Das ist ja richtig. Aber zweimal 24... Alter! Wo war der Bogen? Zweimal 24 sind doch 48 plus 24 sind doch, äh, 72. Da bin ich raus, ey. Da bin ich raus, ey. Da ist ein X. Ach, X gleich sechs. Nein, elf. Eins plus eins. Das wird das gar nicht geben, ey. Das ist nur ein X. Hä? Ach, das X steht für... Ach, zwei X. Ach, warte mal. Zwei X sind plus 24. Und fünf X sind minus sechs. Ja, klar. Ja, klar. Jetzt ist es ja ein, Leute. Ja, klar. Natürlich. Zwei X plus vier... Ja, klar. Ja, jetzt ist es ja einfach. Jetzt wird... Jetzt ist es ja einfach. Jetzt brauche ich es euch ja auch nicht erklären. Das könnt ihr jetzt ja selber rechnen. Also, ja, klar. Ja, natürlich. Ja, klar. Wenn man das... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ist klar. Also, jetzt ist es einfach. Also, jetzt brauche ich euch das ja gar nicht mehr erzählen. Oh, der nette... Oh. Hab ich ja eigentlich gedacht, dass er den hat, ne? Oh, sieben Leben nur noch. Ey, das ist one hit. Sieben Leben ist one hit. Oh, der war doch aber so weit von ihm, der im Sturm, ne? Oh, er holt ihn noch! Landi hat den Legendary Boy weggeballert. Oh Gott, Alter. Er hat nur noch sieben Leben. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Pass auf! Der Kopf guckt raus. Nee, das schafft er nicht. Der andere macht. Luxi, was ist los mit dir? Komm mal runter. Hier, nicht beleidigen, ja. Was soll das? Whitey wird Mathematiker. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin... Ich kann auch... Mit meinem Skill kann ich auf Fortnite, ey. Er rennt weg. Er haut ab. Der andere ist voll. Der andere ist auch noch da. Oh, der 32. Oh, nein. Schafft er es noch? Kommt er da noch raus? Oh mein Gott, die Zone. 18 Leben. Aber der andere hat den übelsten Hit gekriegt. Oh nein, es leckt. Digga, du musst los, ne? Oh, die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück. Die Zone, Digga, die Zone. Du hast nicht aufgepasst. Landi, GG, Digga. Mit einem Kill. Mei, mei, mei. So, Leute. Solo, Ego Whitey, YT ist der Code. Jeder kann mitmachen. Und wenn ihr den schon mal einmal eingegeben habt, ja, dann gebt den auch die...